Bitcoin korrigiert innerhalb weniger Tage um bis zu 8% und könnte innerhalb der nächsten paar Tage noch um weitere 8% auf bis zu 16% Korrektur fallen. Was dazu die UTXO Realized Price Distribution sowie die verschiedenen Liquidations-Develer bei Bitcoin sagen und weitere On-Chain-Daten sowie News. Alles das werden wir uns im heutigen Video auf unserem Crypto-Gakie-Kanal anschauen. Ich bin Finn und wir laden hier tägliche Updates für euch hoch, damit ihr mal auf den neuesten Stand der Dinge im Crypto-Space seid, bevor wir jetzt in den Content rein starten. Einmal ein herzliches Dankeschön an alle Leute, die uns hier täglich supporten. Lasst doch gerne mal ein Like oder einen Kommentar auf dieses Video, das supportet uns im YouTube-Algorithmus und motiviert uns natürlich weiter, diese Videos für euch täglich rauszuhauen. Sonst, wenn ihr neulich seid, natürlich gerne den Kanalabonieren, die Glocke aktivieren, dann seid ihr wie gesagt jeden Tag up to date, was im Crypto-Space so los ist. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch sofort rein. Okay Leute, dann auch nochmal willkommen zurück zu den On-Chain-Daten. Wir wollen uns jetzt nochmal ein paar sehr interessante On-Chain-Daten anschauen. Wir haben auch eine News, aber das ist eigentlich mehr oder weniger auch eine On-Chain-Date. Ich würde aber sagen, wir starten trotzdem direkt mal rein. Als erstes können wir die Purpose-Bitcoin-ETF-Flows sehen und dort können wir quasi einfach sehen, was in bzw. Outflows in die Bitcoin-ETFs sind bzw. zumindest als Zweck der Bitcoin-ETFs. Und dort können wir erkennen, dass in den letzten 17 bzw. in den letzten 18 Tagen 17 Tage nur Inflows waren. Das bedeutet, hier wird auf jeden Fall gekauft und daran kann man ja auch erkennen, wie der Preis hier gesearcht ist. Ab da, also was man hier quasi in diesem Bereich erkennen kann, ich hoffe, ihr seht meine Maus hier drüben, ab dort, wo wir quasi hier nur noch gekauft haben, ist der Preis auch quasi nur noch hochgegangen. Und das war natürlich auch schon mal ein sehr geiles Zeichen. Vor allem, wenn das jetzt halt losgeht in Richtung der Bitcoin-ETF-Inflows bzw. dass diese halt natürlich auch nochmal deutlich stärker zunehmen werden. Was wir als nächstes uns anschauen wollen, ist die Realized-Cap-Hodl-Waves. Und dort kann man einfach nochmal ein bisschen die Bitcoin-Cycles erkennen. Dazu hat man ja oft On-Chain-Daten zu den Bitcoin-Cycles, die aber natürlich immer verschiedene Variablen aufgreifen. Und hier wäre die Variable eben diese HODL-Waves. Das bedeutet, in den Wellen verglichen zum Preis bzw. analog zum Preis angezeigt, wie die HODL-Portfolios oder die HODL-Mengen aussahen. Und hier kann man natürlich erkennen, im Jahr 2016 bis Mitte 2017 wurde hier extrem viel gehalten. Und dort sind wir dann natürlich auch in den Bullenmarkt gekommen, wo wir dann hier mit dem Bitcoin-Kurs zwischenzeitlich bei 20k waren. Danach ist das Ganze extrem hier abgesunken in Richtung Bullenmarkt-Peak, sage ich jetzt mal. Danach sind wir hier nach dem Corona-Drop extrem hoch gewesen, hier wieder mit der HODL-Wave. Dort wurde auch wieder extrem viel gehalten von den ganzen Holdern. Und man kann hier natürlich auch erkennen, dass sich das Ganze auch wiederholt. Wir haben momentan hier die höchste HODL-Menge, sage ich jetzt einfach mal, die wir bis jetzt gesehen haben. Wir haben fast 40, also wir haben über 30% Holder. Und dementsprechend natürlich viele Leute bereiten sich darauf vor, dass wir jetzt das Halving sehen im Jahr 2024. Viele Leute bereiten ihre Portfolios darauf vor, erstmal nicht angefasst zu werden. Zumindest die HODL-Portfolios erstmal auf Monate oder vielleicht sogar Jahre liegen zu lassen. Und dementsprechend ist das jetzt natürlich so hochgegangen. Vor allem auch, weil jetzt immer mehr Leute davon ausgehen, dass Bitcoin nochmal deutlich höher geht. Mit den ganzen News, mit der Bitcoin-Adaption, mit den ETFs. Das heißt, Big Money steigt auch ein bei Krypto. Und dementsprechend natürlich die Leute hier deutlich euphorischer, was das Halten von Bitcoin angeht. Und nicht mehr so darauf gesehen, Bitcoin jetzt auf kurze Sicht zu verkaufen. Dementsprechend wollen wir mal weitergehen zu den News. Diese sind aber an sich, wie ich schon gesagt habe, nur On-Chain-Daten. Und zwar kann man hier sehen, einfach was auf den Adressen sind. Und zwar seit dem 1. Januar sind wir um 237% wieder gestiegen bei den Adressen. Und es sind momentan fast 82.000 Adressen, die über bzw. mindestens 1 Million US-Dollar Bitcoin halten. Und das ist natürlich ziemlich interessant. Das kommt natürlich auch ein bisschen mit der On-Chain-Data, die wir eben hatten, einher. Und zwar einfach die HODL-Portfolios sind extrem gestiegen. Seit Anfang des Jahres haben viele Leute gekauft, viele Leute akkumuliert. Und zwar halten sie das jetzt auf den Wallets, gerade vielleicht in Bezug darauf, dieses auch ein paar Monate oder vielleicht sogar ein paar Jahre zu halten. Und hier kann man das Ganze auch nochmal in einem Chart erkennen. Und zwar haben wir hier einfach den Bitcoin-Kurs und in Gelb darunter gelegt, wie viele Adressen über 1 Million US-Dollar halten. Und das ist jetzt natürlich deutlich gestiegen. Vorher war das immer ziemlich gleich zum Bitcoin-Preis, kann man hier erkennen. Hier liegt das die ganze Zeit drunter. Dann hatten wir hier, wie gesagt, dieses ganze Hin und Her, wo Leute dann wahrscheinlich drauf gewettet haben, dass wir nochmal hochgehen mit Bitcoin oder nicht. Runter, hoch, runter. Sieht man ja hier sehr gut, dass das hier so geschwankt hat. Dann waren wir zwischenzeitlich beim Boden sehr weit unten. Es ist natürlich auch klar, dass die Adressen mit 1 Million US-Dollar Bitcoin runtergehen. Denn das ist ja ein US-Dollar angegeben. Das bedeutet, wenn wir einen Preis-Drop haben, nimmt natürlich die Anzahl an 1 Million US-Dollar Bitcoin-Adressen ab. Eben weil der Bitcoin-Preis zum US-Dollar sinkt. Und jetzt sind wir natürlich wieder angestiegen, steigen aber relativ zum Kurs schon höher an. Wir haben hier zwar den recht gleichen Verlauf, ist ja auch klar. Aber wir befinden uns trotzdem ein gutes Stück über dem Bitcoin-Kurs. Nicht so, wie das hier vorher die ganze Zeit der Fall war. Das bedeutet, hier kann man erkennen, auch hier wieder diese On-Chain-Date zeigt, dass die Leute das Potenzial in Bitcoin sehen. Und eben davon ausgehen, dass wir jetzt erstmal länger nicht mehr runtergehen mit dem Preis. Oder zumindest nicht mehr größer runtergehen. Temporäre Lows kann es natürlich immer noch geben. Und das lässt mich so ein bisschen zu den nächsten On-Chain-Daten überleiten. Denn hier haben wir nochmal Realized Price Distribution. Das bedeutet, wir können ein bisschen sehen, wo wir Support unter uns haben. Und einen recht großen Support haben wir hier unter uns bei 36.400 US-Dollar. Der ist momentan einfach sehr, sehr groß. Aber danach muss man natürlich sagen, sind die nächsten großen Supports erst hier bei 34.300. beziehungsweise sogar bei 30.000 US-Dollar. Und dann natürlich hier in diesem Bereich noch etwas mehr. Aber man kann erkennen, der größte Support, den wir hier unter uns haben, ist auf jeden Fall hier zwischen 25.000 und 30.000 US-Dollar. Und dieses Preislevel haben wir auch schon mehrmals in vergangenen Videos angesprochen. Einfach weil es natürlich nochmal ein mögliches Preisziel für eine Korrektur sein könnte. Eben bevor Bitcoin ins Halvening und den nächsten Bullenmarkt geht, könnten wir nochmal hier in diesem Bereich fallen. Und dementsprechend wäre ich darauf auch nochmal gut vorbereitet. Vor allem, weil man sehen kann, dieser Bereich wird wahrscheinlich nicht mehr nach unten hindurchbrochen. Außer wir haben jetzt wieder ein riesiges Black Swan Event oder sowas. Dann kann das natürlich sein. Aber alles in allem ist hier so viel Support, dass wir nicht sonderlich weit unter diesem Bereich fallen würden. Falls wir überhaupt nochmal fallen. Wie gesagt, ich wollte hier einfach nur nochmal die Support-Levels aufgreifen, die wir hier momentan unter uns haben. Und damit kommen wir auch nochmal zur Liquidation Heatmap. Denn hier können wir auf den drei Monaten auch erkennen, haben wir hier einfach diese Zone bei den 30.000 US-Dollar. Beziehungsweise noch ein bisschen höher. Hier bei 34.000 US-Dollar haben wir noch recht viel Liquidity, die abgeholt werden könnte. Und natürlich hier dann etwas unter den 30.000 US-Dollar bei ca. 26.000, 25.000 US-Dollar haben wir auch noch diesen Pool. Das bedeutet, diese Ziele würden auf jeden Fall hier mit verschiedenen On-Chain-Daten übereinstimmen, dass wir hier definitiv nochmal in diese Bereiche gehen könnten. Das heißt, Leute, ich sage es euch oft genug, aber behaltet das auf jeden Fall im Auge und öffnet jetzt keine Over-Leveraged Long-Position. Denn es ist sehr gängig bei Bitcoin, gerade weil wir jetzt momentan hier seit, ich sage jetzt mal, 27.000 US-Dollar mehr oder weniger direkt bis 36.000 gestiegen sind. Das Bitcoin nochmal gut und gerne vor einem Bullenmarkt oder vor einem höheren High nochmal 20-30% korrigiert. Und deshalb seid auf jeden Fall aware davor, denn sonst könnte es sein, dass ihr eure Position verliert, weil ihr eben einen zu hohen Hebel habt oder zu spät erst eingestiegen seid. Also wie gesagt, diese Levels hier im Auge behalten, könnte natürlich auf längere Frist, also auf die nächsten Monate nochmal passieren. Aber in diesem Sinne würde ich erstmal weitergeben an die Chart-Analyse. So, in den Charts wollten wir uns jetzt unbedingt nochmal alle Timeframes anschauen, denn wir haben heute schon wieder einen knapp 3% Move bei Bitcoin gesehen. Dementsprechend sieht auch unsere Weekly Candle für heute, nachdem wir gestern gesagt hatten, es könnte sein, dass wir eine Korrektur gesehen haben, auch schon so aus, als würde diese Weekly Candle eher dazu intendieren, vielleicht nochmal eine Korrektur-Candle zu sein. Wir müssen uns natürlich das Ganze gleich nochmal auf den kleineren Timeframes anschauen. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, wir hatten ja auch gestern schon hierüber gesprochen, wir haben auf dem Weekly Timeframe einen relativ hohen RSI, der hier sogar über den 70 aktuell schon ist, was sehr selten für den Weekly Chart ist. Normalerweise sehen wir das nur hier im Bullenmarkt, ganz klar. Hier hatten wir natürlich gesehen, als wir neue All-Time-Health geformt haben, haben wir natürlich einen sehr, sehr hohen RSI, auch über längere Zeiten gehabt. Was wir allerdings auch vor dem letzten Bullenmarkt gesehen hatten, war ganz klar, dass der RSI hier auch zwischenzeitlich mal kurz über 70 war, als wir, sag ich mal, aus den Tiefs des Bärenmarktes kamen. Das war jetzt auch mehr oder weniger der Fall, wir hatten hier die Tiefs des Bärenmarktes, sind dann hier jetzt wieder ein ganzes Stück aufgestiegen und nachdem wir hier jetzt, sag ich mal, drei, vier Wochen nacheinander grüne Kerzen gesehen hatten, können wir hier ganz klar davon ausgehen, dass wir gegebenenfalls erstmal eine Korrektur sehen könnten. Hier hatten wir jetzt auch drei, vier Monate grüne Kerzen, haben hier dann ein RSI über 70, drei, vier Wochen grüne Kerzen, haben ein RSI über 70 und dann könnte es natürlich passieren, dass wir hier eine beispielsweise 12,6% Korrekturkerze auf dem Weekly Timeframe bekommen. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass wir zwischenzeitlich, nachdem wir hier die vier grünen Kerzen hatten und den hohen RSI hatten, nochmal eine Kerze gesehen haben, die zwar einen ziemlich großen Wig nach unten hatte, wie man hier sehr schön sehen kann. Also es geht hier um diese Kerze, ich kann es auch nochmal kurz hier umkreisen, es geht um diese Kerze hier, diese grüne Doji Kerze ungefähr, die man hier so sehen kann. Diese wurde deutlich nach unten abverkauft, dann aber wieder aufgekauft vor dem Schluss der Wochenkerze und dann haben wir erst in der nächsten Wochenkerze den Dump nach unten wirklich gesehen. Das könnte uns hier natürlich jetzt auch noch passieren, das heißt hier noch nicht übermütig sein, die Weekly Kerze könnte wieder aufgekauft werden und es könnte sein, dass wir gegebenenfalls sogar natürlich weiter nach oben pumpen oder dass wir zumindest eben nicht die Korrektur jetzt schon sehen. Dafür müssen wir uns natürlich die kleineren Timeframes anschauen. Beispielsweise auf den Daily Timeframe hatten wir auch gestern gesagt, wenn wir hier unterhalb unseres Resistance schließen, den wir ja die drei, vier Tage davor mal nach oben hin durchbrochen hatten, dann wird es immer wahrscheinlicher, dass wir hier eine weitere Korrektur sehen könnten. Wir haben unter der Resistance geschlossen, wir haben hier zwar nicht unter der 36.300 geschlossen, deswegen habe ich persönlich zum Beispiel meine Short Position auch nicht nochmal vergrößert, sondern habe sie einfach nur weiter laufen lassen. Die ist jetzt schon ein ganzes Stück im Profit. Die Indikatoren, die ich jetzt erstmal für meinen Trade nutzen würde, ob ich den weiter vergrößern würde, meine Short Hedge Position, neben der ich natürlich noch meine Long Swing Position offen habe. Die habe ich ja schon seit den mittleren 20er Bereichen, das ist glaube ich der Entry Price inzwischen. Trotzdem habe ich die natürlich immer weiter mitlaufen, habe davon leichte Profite genommen, einen kleinen Short Trade eröffnet. Diesen würde ich jetzt nur nochmal vergrößern, sollten wir jetzt wirklich einen bearischen Daily Close sehen. Das würde für mich nur der Fall sein, sollten wir hier relativ weit unten die Tageskerze schließen, also keinen großen Wig unterhalb haben. Ein großer Wig unterhalb bedeutet für mich immer, dass wir tendenziell eher nochmal Kontrolle der Bullen gesehen haben und dass wir eben nicht nochmal davon ausgehen können oder zumindest die Wahrscheinlichkeit nicht so gut stehen, dass wir nochmal weiter korrigieren. Zudem schaue ich mir natürlich die kleineren Timeframes an, damit ich wirklich determinieren kann, wo ich dann auch die Daily Kerze am liebsten schließen sehen würde. Und dafür springen wir mal kurz auf den Vor-Hourly Timeframe. Hier habe ich das von gestern nochmal drin gelassen, was ich da eingezeichnet hatte. Da ist nicht mehr oder weniger genau das passiert, was ich hier eingezeichnet hatte und zwar haben wir hier diesen Move nach unten gesehen. Wie gesagt, wir hatten den Daily Close unterhalb unserer aufsteigenden Resistance Linie. Das war für mich das Zeichen, dass wir hier erstmal weiter korrigieren werden. Das ist dann jetzt auch so passiert. Wir hatten auch gestern schon darüber gesprochen, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass es vielleicht unser erster Stop der Korrektur hier auf diesem aufsteigenden Aufwärtstrend mehr oder weniger sein könnte. Das Ganze ist jetzt aktuell der Fall, was für mich hier die wichtigsten Indikatoren wären. Ganz klar, ein Vor-Hourly Close unter aktuell den 35.320 US-Dollar. Wenn wir hier einen Vor-Hourly Close drunter hätten, kann man natürlich nochmal auf den Retest warten und dann würde ich gegebenenfalls, sobald wir unseren Ausbruchspunkt, sag ich mal, überbieten würden, würde ich vermutlich meine Short-Position auch nochmal hochskalieren. Wenn das der Fall sein sollte, sonst wäre es natürlich extrem bullish, sollten wir einen Daily Close unterhalb der 35.320 US-Dollar oder 340 US-Dollar nehmen. So ganz genau muss man das hier auf den etwas größeren Timeframes noch nicht nehmen. Aber ein Daily Close wäre natürlich für mich auf jeden Fall ein Zeichen, dass das Ganze hier sehr wahrscheinlich ist, dass wir nochmal weiter korrigieren werden. Auf einen Retest auf dem Daily Timeframe würde ich tendenziell eher nicht warten. Wie gesagt, ich habe ja auch diesen ganzen Abtrennkanal, also diese theoretische zweite parallele Linie hier, hier gar nicht eingezeichnet, weil das hier einfach etwas zu klein ist. Also die Chartbewegung ist zu klein, als dass man hier meiner Meinung nach zumindest seinen Retest auf dem Daily Timeframe erwarten könnte. Es könnte natürlich trotzdem passieren, wäre auf jeden Fall extrem bullish, wenn wir einen erfolgreichen Retest auf dem Daily Timeframe hätten. Mir würde es persönlich aber vermutlich schon reichen, wenn wir einen Retest auf dem Vor-Hourly Timeframe machen würden. Und das wäre für mich auch im Verhältnis zu der Größe des ganzen Chartpatterns, beziehungsweise Chartpatterns dieses Abtrennskanals hier durchaus ausreichend. Warum ich aktuell auch noch davon ausgehe, dass wir vielleicht eher etwas weiter korrigieren könnten nochmal, ist auch ganz klar der One-Hourly Timeframe. Wie gesagt, der One-Hourly Timeframe ist natürlich der kleinste Timeframe, den wir uns hier anschauen, also der in Anführungszeichen auch unrelevanteste Timeframe. Trotzdem, gerade sollten wir hier in 40 Minuten schließt die Four-Hourly Candle, sollte diese One-Hourly Candle hier nochmal rejected werden, unterhalb, wie gesagt, der 35.320 Dollar. Dann wäre der Four-Hourly Close unterhalb dieser Marke schon mal gegeben auf jeden Fall. Wir hätten zudem einen One-Hourly Close, der einen großen Wig nach oben hätte, was zusätzlich nochmal dafür sprechen würde, dass die Bären hier etwas mehr in Marktkontrolle sind. Aber, wie gesagt, insgesamt warte ich natürlich gerade, um meine Short-Head-Position weiter zu vergrößern, darauf, dass wir mindestens auf dem Four-Hourly Timeframe einen bestätigten Retest sehen. Wenn das nicht der Fall sein sollte und wir weiter korrigieren, würde ich einfach meine Position weiter laufen lassen, das wäre ja auch positiv. Und, sollten wir jetzt nochmal deutlich aufgekauft werden, würde ich hier einfach meine Short-Hedge-Position mit einem Stop-Loss plus minus 0 einfach wieder bei meinem Entry-Price schließen und würde somit zumindest mit der Short-Hedge-Position keinen Verlust machen und könnte mir dann immer noch überlegen, ob ich meine Swing-Long-Position weiter vergrößern sollte. Wenn ihr auch aktiv hier drauf traden wollt, beispielsweise darauf, dass der Kurs hier weiter abfallen könnte, könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung gehen. Da haben wir einen Link zu einer Trading-Community, die ist vollkommen kostenlos für euch. Ihr könnt euch einen Exchange eurer Wahl aussuchen. Ihr unterstützt uns damit, dass ihr diesen bestimmten Exchange nutzt. Wir kriegen dann einen kleinen Teil an der Gebühren, die sonst einfach der Exchange bekommen würde und ihr gehaltet dadurch kostenlosen Zugrangen zu unserer Discord-Community. Da könnt ihr euch mit uns austauschen. Da gibt es über 100 Tutorial-Videos, wo ihr nochmal wirklich Traden etwas näher verstehen könnt und euch nochmal etwas weiterbilden könnt. Sowie natürlich monatliche große Leaderboard-Preise für die größten Trader. Da könnt ihr tausende von Euro gewinnen. Zudem könnt ihr aktuell dann noch durch die Lucky Draws, also dass einfach zufällig Leute aus der Community ausgewählt werden, für ich glaube knapp 20 Leute, knapp 200 Dollar im neuen Femex-Token erhalten und könnt damit dann risikofrei traden, weil ihr das Geld in Anführungszeichen natürlich geschenkt bekommen habt. Also wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall. Für euch ist es komplett kostenfrei. Geht einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Alle weiteren Infos findet ihr dort. Für heute würde ich aber sagen, war es das mit dem Video und mit der Chart-Analyse. Wir sehen uns dann morgen wieder in unserem täglichen Update. Sonst natürlich gerne ein Like und ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat und ich verabschiede mich für heute. Ciao, ciao.